Zeig, es ist so beschissen. Kacke. Ist ja schon mal auf der Liste. Darf ich euch dann auf der Webpage in die Spiegeliste aufnehmen? Klar! Wenn dir zwei von... also... Auf jeden Fall zwei von uns, Emily und mich. Und dieser Gäste von uns hat ein altes Score mit dir. Du bist ein Traitor der Dunkelheit, wie es der Licht ist. Na ja, ich denke, dass ich das leben kann. Es ist ein Mensch, von dem wir keine Erinnerungen haben. Ein wahrer Nobody, hailing aus dem Ende der Oblivion. Der Mensch, die vor dir, wurde wiederkreiert, aus den Rekord, die von Vexen geöffnet wurden, und den vielen Experimenten, die von Young Xehanort gemacht wurden. Es wurde von allen Erinnerungen geöffnet. Und... Es hat absolut keine Ahnung von, wer es wirklich ist. Auch ich hatte vergessen, ihre Existenz. Aber wie die anderen, ich konnte nicht erinnern, warum. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. für diese sehr Krieg. Also, wer ist es? Du hast auf einen von den neuen Seven Hearts geöffnet. Du musst dich schrecklich sein. Ich bin. Wenn ich ein trager bin, dann glaube ich, Kairi hier ist die Trump-karte. Was? So, das ist nicht die Desperation, die ich in dir sehe. Es ist die verrückte. Und die lunische. Huh? Without the battle between the Seven Lights and Thirteen Darknesses, Kingdom Hearts requires the Seven Hearts. That is why we seek to destroy the Guardians. Are you truly foolish enough to believe you can defeat us? What do you think? I think you'll lose, Axel. Yeah, right? Axel. Even if you possess the strength, this being cannot be defeated by your hands. Even if memories are lost from you both. Oh, wait. Let's find out. Wait. That Keyblade. It's just like Saurus. Are you... Is that you, Roxas? Roxas. Roxas. No, it's not Roxas. Axel. This is Chion. Roxas. Axel. Please let me play in this fight Axel and not Kyrie. Please. I have to play in this fight. Oh, you don't try to play in this fight. What do you think? Dann spielen wir halt Sarah. Oh nein, die T-T-T-A-Send, Alter. Die bringen mir nicht mal was. Da war ein Zeitpunkt, als ich glaubte dir, um mit tratern zu tun. Und jetzt, deine Betriebe ausstrahlt sie alle. Welche finalen Worte hast du für dein Superier? Na gut, lass mich denken. Wie ist es, dass du nie mein Superier warst? Ah, ever the rogue pawn. Knocked from the board early in the game. Utterly useless and forgotten. Are you kidding? Do you know how popular I am? I got loads of people rooting for me. Sorry, boss. No one axes Axel. Got it memorized? Is this supposed to be a Keyblade? Or is it some sort of joke? Our plans have been dashed by you. Far more times than I care to count. Now it ends. I will purge that light in you. With darkness. Changing sides again? We need him alive. You know that. We only need his heart in order to forge the key. We do not need his soul. Oh. But that's right. You were friends. Then you take his life. Who are you? Don't do this. Wait. It's all right. You can stop now. It's all right. Shion. Oh dear. The enemy is going to be born. Oh my God. Even if we need a full one of these. Oh. 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 Die Erinnerungen sind zurückgekehrt. 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 Roxas, jetzt! Die Erinnerungen sind zurückgekehrt. Die Erinnerungen sind zurückgekehrt. Das ist jetzt auch neu. Irgendwas an der Weise. Okay. 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 Hello? Okay. 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 Das XO Ich wollte es für mich selbst Es ist wie unser bond ist Das ist die Verbindung, die wir brauchen Das ist die Verbindung, die wir brauchen Das ist das Grund, dass ich die Hilfe brauchte So dass wir diese Bälle enden können Once und für alle Ich finde das DLC ist das ziemlich gehalt Wir schreiben alle was von Was war schon das? Okay Ich meine, wusste ich es jetzt noch nicht Danke dafür, Odo Bis jetzt ist es okay Aber ich habe mir fast befürchtet Dass es so wird Nee, was mit DLC vorkommt Weiß ich ja natürlich nicht Ich spiel es gerade zum ersten Mal Ja, ich will Soolla Sollo Okay Weiß ich Ich Weiß ich Weiß ich Weiß ich Weiß ich Weiß ich Okay, nehmt doch die Basora, uff. Weil du das Originalspiel kennst. Ja, das Originalspiel kenne ich richtig, aber es ist hier ja noch nicht. Ja, nehmt die Fall ist... So, ich wollte es freuen, dass es mir allgemein gehalten kann. Ich möchte es diesem Spiel halten aus. Alles gut, oder? Ja, der kaum mehr lebt. Okay, guten Abend. Schön, dass du da bist und dir geht's gut und uns einen schönen Tag. In dem Hartz, ja. DLC. See you. Why so sad? You let them reduce you to this? I thought you outgrew the marks under your eyes. So? You look like you need them. Stop it. The whole act. I thought this was all for her. At first. I sacrificed everything to try and track her down. You're the one who went off and made other friends. Left her and me both in the dust. It infuriated me. You just exited our lives. I lost all sense of purpose. I didn't forget you. Yes. I know. You wouldn't do that. But, I was jealous. You admit it. Well, if I make it back, you won't get it out of me a second time. Pause, denke ich mal, so ungefähr 10 Minuten. Ich wollte halt schnell was essen. An sich ist es sehr traurig, ja. Das stimmt. Oh, du willst duschen. Okay. Was jetzt? Schwierig. Das stimmt. Oh. Huh? Ich glaube, ich sollte ein bisschen Eiskirchen bringen. Ich bin gespannt, Odo. Huh? 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 Ich glaube, ich bin ein bisschen Rechseldorf, der Timer. Ja, ich werde ja auch noch im Pausebildschirm auf jeden Fall hinschreiben, dass es um, ja, ca. 1910 weitergeht. Da rechts ist ein Speicherpunkt. Das ist schon mal schön. Den brauche ich jetzt auch. Huhu. Huhu. So, ihr Lieben. Wir wechseln gerade mal kurz. Das ist die Szene. Mirabelt. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020